. 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 Ja, Monty, ich weiß, du hast Hunger. Aber wir gehen da jetzt rein, spielen wir eine gescheite Muse und dann kaufen wir dir ein richtiges Fest mal. Burschen, riecht sie das? Oh, tut mir leid, dass es vorher ein bisschen was mitgegangen. Nein, aber das Bier ist fertig. Seid ihr die maskierten Banditen? Ich habe ein Angebot für euch. . 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 Aber jetzt kann uns nichts mehr aufhalten. Jetzt fix, Jackie! Wo sind wir denn da wieder reingritten? Psst, Donnie, psst! Ich weiß doch auch nicht. An der Zeit schaffen wir das schon. Ich werde heute nicht mit dem Wissen ins Bett gehen, dass der Haunt auch einmal Jackie umgebracht hat. Nur weil der irgendeinen an der Waffe hat. Für so einen kleinen Kasperl bist du ganz schön mutig. Was bin ich? Mutig. Ich kann es euch nichts nütziger. Ein kleiner Wurm kann so ein Kratz am Bein sein. Donnie. Der wird doch nix wieder blinzeln. Hast du die ganze Nacht nicht blinzeln? Na, sonst lauf ich ein. Ja, dann blinzeln.